Hallo, kennen Sie eigentlich Iserloy? Wo ist das? Iserloy liegt im Dreieck von Wildeshausen, Dötlingen und natürlich Iserloy. Der Ort im Landkreis Oldenburg zählt in etwa 30 Einwohner. Und einer davon ist Michael Gams. Vor einiger Zeit war unser Team von Richterswelt ja bei ihm auf dem Dachboden. Hier hat sich Michael eine kleine Modelllandschaft aufgebaut. Mit Siko, Treckern und Lastwagen kann man hier spielen. Aber nicht nur die kleinen Leute spielen hier, sondern auch die großen. Natürlich gibt es hier auch ein kleines Café zum Verweilen. Und eine Swingolf-Anlage. Aber das Highlight jedes Jahr ist das Maisfeldlabyrinth mit über 4 Kilometer Wege und Spielen unterwegs. Doch irgendwann muss der Mais auch geerntet werden. выступort an immer önergiven und Maisverstrachstellen. Zum Ön Jar уп 八 bis bis zwei bis 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 zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.